Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Ende 2017 hat das Bundesverfassungsgericht die gängige Praxis bei der Vergabe von Studienplätzen für verfassungswidrig erklärt, dass Zulassungsverfahren Verstoße gegen das Grundrecht der Bewerberinnen und Bewerber auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot, sagten die Richter. Bis Ende dieses Jahres haben wir nun als Länder die Chance und die Zeit, das Zulassungsverfahren so zu reformieren, dass es mit diesem Grundrecht in Einklang gebracht wird. Mit dem vorliegenden Staatsvertrag soll nun die Grundlage dafür geschaffen werden, dass Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit den anderen 15 Bundesländern die Zulassung zum Medizinstudium so gestalten kann, dass es gerechter wird und auch transparenter. Die Kultusministerien sind dafür sogar weitergegangen, als uns das Bundesverfassungsgericht vorgegeben haben. Das Urteil hat sich allein auf das Medizinstudium beschränkt. Die Länder haben aber im Staatsvertrag für alle vier bundesweit zulassungsbestrengten Studienfächer mehr Chancengleichheit vorgesehen, also auch für die Pharmazie neben Human-, Tier- und Zahnmedizin. Herzstück für den Staatsvertrag ist die Änderung der verschiedenen Quoten, die es gibt. Bei der Zulassung von Studierenden zum Studium. Und das Ziel war bei dem ganzen Vorhaben, sich dieser einseitigen Fixierung auf die Abiturquote, diese sich von der zu entfernen und die Regelungen der Wartesemester abzuschaffen. Es gibt bis zu siebeneinhalb Jahre, es gibt Studierende, die bis zu siebeneinhalb Jahre warten, also Bewerberinnen, bis sie Wartesemester haben, um ins Studium einsteigen zu können. Das soll abgeschafft werden. Es soll aber eine Übergangsregelung für diejenigen, die schon Zeit angesammelt haben, soll es geben. Also die Studienplatzvergabe soll auf neun Quoten basieren. Die sind wie folgt. Wir werden 30 Prozent nach Abiturdurchschnitt vergeben können, 60 Prozent nach einem universitären Auswahlverfahren und 10 Prozent nach einer zusätzlichen Eignungsquote, bei der das Abitur überhaupt gar keine Rolle spielt. Vielleicht kurz nur erläutern zu den Quoten. Die Abiturquote. Bislang gingen 20 Prozent der Studienplätze an die Abiturbesten. Im neuen Verfahren sind es, wie ich gerade gesagt habe, 30 Prozent. Dazu gab es zwischen den Ländern ziemlich weitreichende Debatten. Fakt ist im Ergebnis, dass es anteilig mehr Studierende innerhalb dieser Quote gibt oder mit dieser Quote geben wird, die den Studienplatz erhalten, allein aufgrund ihres exzellenten Abiturdurchschnitts. Also statt bisher 20 Prozent sind das nun 30 Prozent. Alle anderen Quoten aber, nach denen der Rest der Studienplätze vergeben wird, also 70 Prozent der Studienplätze plus die Vorabquoten, die sind so konzipiert, dass sich die Chancen für diejenigen, die eben kein 1.0er-Abi haben, erhöhen werden. Das ist zunächst das Eignungsverfahren, das ich genannt habe. Hier spielt die Abiturnote keine Rolle. Stattdessen sollen Kriterien berücksichtigt werden, wie zum Beispiel eine Berufsausbildung, die man absolviert hat, die Ergebnisse von Auswahlgesprächen oder fachliche Eignungstests. Diese Quote ist bei 10 Prozent. Hinzu kommt dann das Auswahlverfahren. Es gibt jetzt ja schon die hochschuleigenen Auswahlverfahren. Diese Quote bleibt auch nach wie vor bei 60 Prozent. Allerdings werden die Maßgaben verändert. Bisher soll die Abiturnote eine maßgebliche Rolle spielen. Diese starke Gewichtung wird es nun nicht mehr geben. Und stattdessen müssen die Hochschulen neben der Abinote ein weiteres Schulnotenfreies Kriterium berücksichtigen. Das führt eigentlich dazu, dass wir einerseits der Erkenntnisrechnung tragen, dass aus der Erfahrung es so ist, dass die leistungsstarken Schüler mit guten Abitursnoten auch diejenigen sind, die das Studium erfolgreich bestehen. Andererseits auch der Erkenntnisrechnung tragen, dass es nicht immer die Abitursbesten sind, die zu den hervorragenden Ärzten werden. Also ein guter Arzt, eine gute Ärztin muss nicht zwangsläufig 1.0 Abi gehabt haben. Beides würden wir gerne zusammenführen. Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit der Zustimmung zu diesem Staatsvertrag und nachher zu dem Hochschulzulassungsgesetz können wir aber auch noch einen weiteren Gestaltungsspielraum ausfüllen und neu besetzen. Und zwar werden wir die Möglichkeit von Vorabquoten erhalten. Das heißt, wir können vorab, also bevor die Studienplätze verteilt werden, können wir 20 Prozent abziehen und diese Studienplätze, die dann sozusagen abgezogen sind, nach anderen Kriterien verteilen. Da können die Länder auch eigene Notwendigkeiten abbilden. Und ich nenne jetzt hier an der Stelle, ich komme ja nachher noch mal dran mit dem Zulassungsgesetz, einen wichtigen Punkt. Wir können nämlich jetzt mit dieser Regelung die Landarztquote einführen. Das heißt, wir wollen einen Teil der Studienplätze schon vorab abziehen und dann Bewerberinnen und Bewerbern auf Humanstudienplätze die Möglichkeit einräumen, wenn sie sagen, okay, ich gehe dann nach dem Studium, wenn ich das erfolgreich abgeschlossen habe, in den ländlichen Raum und werde dort Arzt bei uns in MV, dass wir den Bewerbern dann auch vorab diesen Studienplatz ermöglichen können. Ja, diese Neuerungen sollen zum Sommersemester eingeführt werden. Sie werden wohl an allem nichts ändern. Das hat der Geschäftsführer der Stiftung für Hochschulzulassung, Oliver Herrmann, schon betont. Sein Tipp für angehende Studierende für Humanmedizin war, wer Medizin studieren will, sollte sich auch weiterhin schon in der Schule anstrengen. Aber daneben werden wir eben auch andere Aspekte, die bei der Auswahl von guten zukünftigen Ärztinnen und Ärzten eine Rolle spielen, möglich machen und neue Instrumentarien in die Hand bekommen. Vielen Dank.